Oh, herrlich! Hallo, Herr Sion, herzlich willkommen! Oh, Burrits, hallo und willkommen ebenfalls! Mensch, äh, let's play Blackwake. Hab ich das richtig ausgesprochen? Richtig, richtig. Blackwake. So, äh, was machen wir jetzt? Ähm, wir hatten jetzt vor, dass du einen Server aussuchst und ich den nachjoine, damit wir das komische von vorhin nicht mehr haben. Ja, genau. Ist nämlich, wie immer, ich dachte, dieser Trend wäre vorbei, eine Early Access. Ich dachte, dieser Early Access-Trend wäre inzwischen vorbei und niemand tut es mehr, aber du hast es wieder getan. Herr Sion hat nämlich in unserer Let's Play-Gruppe gesagt, oh, kaufst du euch das unbedingt? Und dann hab ich mir angeguckt und dachte mir, ja gut, bist halt ein Pirat, kaufst du es dir. Dann hast du es ja dicke. Monatsanfang und so, kannst du ja noch Geld rausschleißen. Ja, und also, also auch alle anderen großen YouTuber in unserer Gruppe, ne, die haben natürlich sofort gesagt, ja, übertreib mal nicht wieder, aber die haben sich auch gekauft. So, gut. Ähm, der Herr Sion hat schon ein Wochenende durchgezuchtet. Ich hab's zehn Minuten angesagt gerade, um mir das anzugucken. Ich hab auch erst vier Stunden insgesamt in diesem Spiel, wovon eine jetzt wahrscheinlich einfach nur durchs Warten entfällt. Ah, ich verstehe. Du hast, aber du hast gesagt, du hast es gesuchtet. Ja. Na gut. Äh, so, wir haben hier, obwohl es Early Access ist und obwohl es noch extrem neu ist. Ja. Wann ist es rausgekommen? Oh Gott, das, da hab ich keine Ahnung, da bin ich echt, äh, gerade überfragt. Okay, also, äh, auf jeden Fall. Ich glaub, es ist erst ein paar Wochen her, wenn ich mir recht entzählte. Mhm, und, äh, dafür gibt's schon extrem viele Server, also extrem viele Server, wobei viele davon einfach leer sind. Ähm, wie viele Spiele wollen wir denn nehmen, so? Ja, also die Höchstzahl ist immer am geilsten. Ja, das sind 54er. Richtig. Da musst du aber einen Server suchen, der, der Platz für Arbeit bietet. Nein, sag nicht sowas. Ähm, warte mal. Guck, guck ganz unten, wo der Übergang zwischen dem 30er, also zwischen dem 20er Slot Server und dem 54er ist. Ich glaub, das waren die Einheiten. Nee, 54er, 52er, 30er, 32er, 30er, 60er. Ja, dann weißt du, was ich meine. Ja, genau. Nein, also, ähm, wir brauchen ja auch einen, der bei uns in der Nähe steht, der hier zum Beispiel. Der hat einen Ping von 69, der hat einen Ping von 57. Was, was ist denn TDM Fleet und was ist TDM 2V2 Galeon? Äh, Team Deathmatch, denk ich mal. Team Deathmatch? Wo ist denn das hier zwischen Fleet und 2 vs. 2 Galeon? Äh, wahrscheinlich gibt's dann halt nur ein 2 gegen 2 mit Galeon. Ja, und Fleet war das, was wir in der Test-Off-Lage gemacht haben, oder? Ey, ey, hallo, 3 Stunden, 3 Stunden, chill mal. Na gut, okay. Alles, alles klären noch nicht. Du bist halt doch nicht so der Oberpro, aber ich würd, glaub ich, ich glaub ich nehm Fleet. Ich connecte mal zu, äh, Siegerund Game Hosting. TDM Fleet, ich connecte. Du connectest. Das ist übrigens mein Fickboy, den hab ich mir hier erstellt. Warum lachst du eigentlich bei Fickboy? Oh, ich bin schon drauf. Oh, ich will. Also, ich werd auf jeden Fall in die Navy gehen. Ich bin schon in der Navy und ich spawne jetzt auf nem Schiff. Auf dem Großen. Auf dem Großen. Äh, ich bin einfach auf nem Schiff gejoint. Nimm ein Navy-Ship. Das ist, äh, das ist das ganz Große. Mhm, 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 mhm. Nee, hab ich nicht gemacht. Aber wir fahren ganz schön schnell. Okay, also, wir sind hier auf nem Schiff und wir spielen halt Navy gegen Piraten auf Seeschlacht. Ja, und, ähm, soviel weiß ich, es gibt Kanonenkugeln, es gibt Gunpowder und es gibt Grabshot, wobei Grabshot weiß ich noch nicht, was die machen. Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich schießen die irgendwie den Haken da lang, dass du das Schiff entern kannst oder so. Oder, dass das Schiff nicht abhauen kann. Ja. Hier oben, oh, da, das Schiff, oh, junger Mann, nicht so doll schießen hier. Äh, der Typ, World King, ist gerade am, äh, rudern hier, wie so'n Großer. Am Rudern. Ja, ja, ja. Und hier steht, Two Holes, No Pump Sinking. Also müssen wir, also müssen wir jetzt mal an die Pumpe und kräftig pumpen. Oh, ich hab, ich hab, ich hab no weapons, ich muss mir erstmal, äh, Waffen hier. Oh, das läuft ja schon, schon echt gut bei euch. Wieso? Nee, ich will hier das dicke Schwert haben. Und Spezialist will ich hier Tomahawk haben. So, und jetzt? So, die Pumpe ist in use. Alles klar. So, da hinten ist ein Piratenschiff. Ich hab hier, das ist übrigens mein Lieblingshoffi, hier die, wie heißt sie nochmal, die Duck, Duck irgendwas. Keine Ahnung, irgendeine Ente. The Left Cannon, okay, er sagt The Left Cannon. Ich, ich lade die Left Cannon. Also erstmal Gunpowder, Gunpowder, hier in die Kanone rein, dann nehmen wir Cannonball in die Kanone rein. So viel, weiß ich schon. So, jetzt stopfen wir das alles zusammen. Oh, jetzt sagt, jetzt sagt er rechte Kanone. Oh, Kind. Feuer! Peng! In dein Gesicht, du Bitch. So, jetzt machen wir dasselbe nochmal. So, hier. Aua! Wow! Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Herr Sire, warum sagst du nichts mehr? Äh, ich bin grad voll konzentriert. Ich lade hier grad die Frontkanonen nach. Und ich muss noch ne Pumpe besetzen. Ja, und ich bin quasi tot. Ist aber kein Problem für mich. Blut im Gesicht. Läuft bei mir. So. Ich nehm mal eben das hier. Und, äh, peng. Und, und komm, und, 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 und peng. Eih, ich krieg noch. Hier, und. Peng. Peng. So, äh, ich will dir zufügen, übrigens, du kannst über die Zugriffstaste vier deine Tee-Tasse auswählen. Ich hab keine Tee-Tasse, ich hab nen Tomahawk. Nein, auf der 4 musst du deine Teetasse eigentlich liegen. Nein, ich habe meinen Tomahawk gewählt. Gut, irgendwo musst du eine Teetasse haben. Nein, hast du nicht. Ah, ne, ihr habt Rum. Genau, die Piraten haben Rum. Ja, nein, ich bin eine Teetasse, aber du kannst unter Special... Du bist eine Teetasse. Ich bin eine Teetasse. Ich unterstütze diese Aussage. Du wirst. Aber unter Specials kannst du auswählen zwischen Grenade, Tomahawk und Hell's Beverage, was auch immer das heißt. So, und ich habe halt das Tomahawk ausgewählt, weil ich halt schon geil finde, mit Äxten durch die Gegend zu werfen. Mache ich halt richtig gerne. Richtig gerne. So. Ähm, so. Also, Chef hat gesagt, wir rammen. Das hat gut geklappt. Du hast nämlich überhaupt nicht getroffen. Ich bin tot. So. Er ist die ganze Zeit... Also, den, den er die ganze Zeit hört, ist World King. Ist nämlich mein Captain. Steht unten links da. Bei mir ist das 1, 6, 4, 7. Super Name. Oh, ich lebe wieder. Warum nochmal? Ah, hier unser Captain. Unser Captain. Oh, wir sinken. Oh, aber wie wir sinken. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, wenn wir sinken, sollte ich nochmal die Kanone laden. Wir haben irgendwo noch ein Loch. Unser Captain wurde getötet. Hey, ich werde der neue Captain. Oh, scheiße. Irgendwas stimmt hier nicht so. Egal. Äh, ich werde mal hier... Ich kann nicht. Ich kann nicht steuern. Ach ne, nur der Captain kann steuern, ne? Hab ich vergessen. Fire in the hole. Oh, Feuer im Loch. Äh... Other guy. Use... Front cannon. Ich... Fünf? Ich bin auch... Ich atme unter Wasser. Was übrigens ein cooler Effekt ist... Oh nein, ich bin ins Wasser gefallen. Äh, du hörst es vielleicht, wenn du unter Wasser bist, sind auch die Voice Chats gedämpft. Okay. Oh, der Gegner entert uns. Wenn ich... Nochmal, wenn ich was bin? Wenn du unter Wasser bist, zum Beispiel. Wenn ich unter Wasser bin? Ja. Dann wird das Voice Chat gedämpft. Use Front Cannon. Okay, Captain. Ich use Front Cannon. So. Ich guck mal kurz. Äh... Und Peng. So, hier ist noch ne kleine. Hier ist noch ne... Use Left Cannon, okay? Ready? Äh... Das ist total witzig. Ey, guys. Use Left Cannon. Guys. Hahaha. Ich kann einen Sonnenblut. Hahaha. So'n Spaß. Okay. Ah, komm. Komm hier, du blöde Kackwurst. Ja. Na. Hier. Komm, lad nach. Lade nach. Ja. Pump, please. Ach, danke. Oh, ich hab dich schon wieder getroffen, Junge. Jetzt kann ich ihn nicht mehr treffen. Fire. Hahahaha. Fire. Hahahaha. Oh, Cannon Fire. Hahahaha. Oh, Cannon Fire. Find ich super. Nein. So, Gunpowder. Wir nehmen wieder ein bisschen Gunpowder. Schmeißen das in irgendeine... In irgendeine... Unser Schiff wurde zerstört. Und nein. Peng. So, hier. Gunpowder. Kein Scherz, kein Scherz. Komm auf mein Schiff. Kugel. Ich weiß nicht wie. Remming. Jetzt will ich mal schießen, du. Hat er rechte Kanonen gesagt? Okay. Nein, es ist alles voll. Peng. Hab ich getroffen. Okay. Ich weiß nicht ob ich getroffen habe. Steht da nicht. Ich kann doch meiner großen Galley joinen. Schade eigentlich. Ja, ist bisschen schade. So. Cannonball. Ja, ich bin doch gerade am Right Cannon Laden, Mann. Es wird nochmal locker. So. Schieben wir sie wieder rein. Your Captain was killed. Schade eigentlich. Ich bin Captain. Ich will Captain werden. Muss ich bewerben. 5 Sekunden. Kann ich nicht. Weiß ich nicht wie das geht. So. Wir driften aber gerade irgendwo hin. Und ich weiß nicht wohin. Aua. Ihr habt mich voll erwischt. Du kriegst übrigens immer Punkte für deinen Stufenaufstieg. Durchladen, durch Pumpen. Und so weiter und so fort. Ich verstehe. Also je mehr du halt Teamplay machst, desto eher streichst du auf. Aua, jetzt bin ich gestorben. Ich weiß gar nicht warum. Hab ich geblutet? Und dich an der Kanonkugel zerfetzt. Everything is possible. Ah, ich verstehe. Ja. Also wie gesagt. Auch wenn das Spiel noch etwas komisch rüberkommt. Es ist eine Pre-Alpha. Wie man das halt so kennt. Ey, ich bin wieder da. Cool. So. Er hat Feuer geschrien. Im Sinne von abfeuern. Schade. Er fehlt. Use Left Cannon. Ja, ich use jetzt die Left Cannon. Hey, komm her. So. So, so, so. Jetzt pushen wir die. Oh. Hör mal. Das ist. Das ist. Oh tatsächlich. Das ist los. Hoppala. Ich hab nichts gesagt. Entschuldigung. Und jetzt. Komm wir haben uns jetzt. Schuss. Schuss. Oha. Oha. Die kam direkt wieder. Ja. Na ja. Ich hab geschossen. Und plötzlich kam eine zurück. Bei World of Tanks muss man jetzt sagen. Abprallerte gegen dich durch. Oh. Oh. Ich bin schon wieder gestorben. Jack. Jack Rackman hat mich ähh getroffen. And Krook North. Oh. Fuck. Was der Herr. Okay. I'm turned right and use right cannon. Ready. Use left cannon. Warte mal. Du stehst da? Ja. All cannon? Bist du sicher? Ok, all cannon. Fires. Und ins Gesicht, Junge! Und jetzt entern die Scheiße hier! Entern! Entern! Komm schon! Entern! Du wurs! Schnell mit der Handfeuerwaffe! Entern! 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 So! En Garde! Kampfge- ooooh! Das hat irgendwie gar nicht geklappt. Das hat gar nicht geklappt. Läuft halt. Ich will mal gucken ob du hier überhaupt auf dem Gegens drauf bist. Wo bin ich? Da unten? Warum bin ich denn da unten? Ich will nach oben. Wo bist du denn? Da! Bruder Zion! Oh du hast aber schon. So, ich repare mal unser Schiff wieder. Das geht nämlich auch. Ohne Ressourcen, ohne alles. So, ja gut. Und jetzt? Ich mach mal wieder den Pumper. Ich verstehe. Ja, pump doch mal drinnen. Pump ich. Ich pumpe auch. Wohin des Weges, junge Dame? Nach McFit pumpen, Bruder! Ey! Ich sehe, du kennst dich aus. Ich bin der König der Welt! Okay, I'm done. Das muss es sein. Na, Savania! Ready? Ne, das passt schon nicht. Hier ist zu viel Wasser. Tut mir leid. Aber ich bin super hier. Oh nein, ich bin wieder runtergefallen. Mann über Bord. Mann über Bord. Guys, fix the holes. Fix the holes. Mann über Bord. Hallo? Ready? Verartet ihr? Verartet ihr? Bitte? Ja! Mann über Bord. Wir haben ein Loch, Leute. Könnt doch das nicht mal zumachen. Apropos, wo kann man nochmal voice shitten mit Y, ne? Äh, V. V gedrückt hat. Mann über Bord. Mann über Bord. Oh, jetzt bin ich tot. Mann, die haben mich verstanden. Mann weiß es nicht. Aber davon, dass einer vorhin irgendwie Portugiesisch gesprochen hat, bin ich mir nicht so sicher. Ach, Mann. Was? Boah, Jungs. Jungs. Oh, wieder da. Der hat uns... Attacke. Wichser! Nimm das! Du Wurst. Habe ich die getroffen? Ich glaube ja. So, ich lade mal ne Runde nach. Moment bitte. Oh, dauert das lange die ganzen Löcher zu stopfen. Ja, schön säuberlich. Perfekt. So, jetzt können wir wieder. Okay, wo ist der Feind? Kann ich mal anvisieren. Nervig. Oh. Er ist unser enemy ship. Ich fühl mich hier sehr alleine mit meiner Pumpe. So, Gunpowder. Oh, ich muss dich nur noch pushen. Das ist ja angenehm. Ich push dich mal. Oh, die kann man alle schon. Alle schon. Hammer. Gut. Ich nehm mal ne Cannonball. Hier kommt ne Cannonball rein. Jetzt ram ich das Ding. Guys, only one hole. Where's the problem? Ah. Ah. I'm in the water. Ah, the glory hole. The glory hole. The glory hole. Jetzt hoffe ich doch mein Schiff gut geplant. Ich hab dir das bei ihm erzählt. Mit dem glory hole. Ah. Hier komm. Hier. Du bist zwar unser verbündetes Schiff, aber... Ah. Und jetzt nochmal. Und hier. Und kräftig. Und mit Schmackes. Wieder getroffen. Ich bin so gut. So. Ich würd ganz gerne mal schießen. Ja. Ich hab 1370 Punkte. Ich bin so gut. Another one on the pub, please. Okay. Captain. Ich bin an der Kanone. Wann soll ich schießen? Ja. Das wird er dir gleich sagen. Verdammt. Siegel. Ach ne. Er hat Front Cannon gesagt. Ich verstehe. Front Cannon. Nehm mal die hier. So. Und. Feuer. Hab ich was getroffen? Ich glaube nicht. Okay. Da ist noch eine. Aua. Wow. Das Ding. Oh. Oh. Ich flieg ganz schön durch die Luft gerade. Ja. Das. Das Spiel wirkt übrigens mit realistischen Todeszenen. Ja. Ne. Ist klar. Friss mein Blei. Du Wurst. Friss mein Blei. Oh. Oh. Tickets are low. Was für Tickets? Was sind Tickets? Tickets sind die Ressourcen für ein Team. Hat ein Team keine Ressourcen mehr? Ach so. Okay. Ich enter das gegnerische Schiff. Ich enter das alleine. Ich muss nur. Ich muss nur gucken wo ich hochgeknittert komme. Wir haben hier ein Aslak an Bord. Weißt du? Und der macht was? Nix. Tötet Crewmitglieder. Ah ich verstehe. Das geht. Oh. The Navy wins. Yes. Navy wins. Well done. Wir sind so gut Junge. Ich sag's dir. Oh hier mein Captain ist sogar noch World King. Wow. Alter. Krassi bist du hässlich. Repräsentantin. So jetzt will ich die Punktetabelle sehen. Hahahaha. 4.000 score. Mal wieder. Mal wieder? Ja. Alles klar komm Navy. Navy Navy Navy. Und komm auf die große Schlüssel. Ja Navy. So. Was ist denn die große Schlüssel? Ein Navy Ship? Oberstes. Oberstes. Ein Navy Ship. Ja toll du bist drauf. Sehr schön. Und ich will der Captain sein. Alles klar. Okay. Äh. Äh. Make Navy great again. Oh. Nachmacher. Alter. Was hast du beschweren? Ich nehm mal die Waffe. Die sieht auch witzig aus. Mili. Mili hätt ich gerne wieder hier. Das hier. Und jetzt nehm ich das. Confirm load out. Die sieht auch witzig aus. Die Pistole hier. Ah. Früh am Morgen. Ist das nicht schön. Ja. So. Du hast es wahrscheinlich noch nicht gesehen. Wir könnten ja unter Deck gehen. Ja. Ja. Ich geh mal. Aber lass uns mal die Folge beenden. Und ganz schnell weitermachen. Weil wir sind bei 18 Minuten. Und wenn wir jetzt ne neue Schlacht anfangen. Oh. Perfekt. Ja ne. Dann machen wir eben unter Deck. Also. Ich hoffe euch hat es gefallen. Bis gleich. Wir sehen uns in der Schlacht. Ciao.